Cassie Lugner freut sich über das Liebesglück ihrer Tochter Leonie Mit 14 Jahren ist diese zum ersten Mal bis über beide Ohren verliebt, und das macht ihre Mama richtig doll glücklich. Denn Leonies Freund scheint ein absoluter Schwiegersundraum zu sein. Der Junge ist so ein toller Mensch, ein Goldschatz, schwärmt die Ex-Frau von Richard Lugner gegenüber RTL. Trotzdem muss sich der Teenager an bestimmte Regeln halten. Sie muss zu einer gewissen Uhrzeit zu Hause sein und sie muss immer erreichbar sein, sonst kriege ich Paranoia, erzählt Cassie. Ganz offen gibt die 32-Jährige zu, ich bin eine ängstliche Mama. Wenn das eigene Kind zum ersten Mal einen Freund hat, klingen natürlich automatisch die Alarmglocken, doch Cassie gibt sich gelassen. Natürlich ist sie aufgeklärt. Sie ist mit mir groß geworden, mit Playboy und allem drum und dran, erklärt sie. Obwohl die Blondine ganz liberal mit diesen Themen umgeht, ist für sie klar, dass ihre Tochter Jungfrau bleibt. Meine Tochter weiß, dass alles so bleibt, sonst werden die Haare abrasiert, stellt die ehemalige Promi-Big Brother-Kandidatin klar. Dankeschön, bis. Dankeschön, bis. Dankeschön, bis. Dankeschön, bis. Dankeschön, bis.